Der Breitbandausbau in Pirna ist gestartet. Gemeinsam mit Vertretern des Freistaates Sachsens, von Vodafone und weiteren angeschlossenen Unterstützern setzte Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke am Dienstag den symbolischen ersten Spatenstich. Es ist heute ein Abschnitt erreicht bei dem Breitbandausbau, wo wir in die wirklich sichtbare Phase und spürbare Phase hineinkommen. Der Weg bis zu diesem Spatenstich war durchaus kompliziert. Knapp zwei Jahre sind vergangen, seitdem die Stadtverwaltung den entsprechenden Fördermittelantrag, ohne den die Finanzierung des Breitbandausbaus nicht zu realisieren gewesen wäre, gestellt hat. Welche Bedeutung dem Glasfasernetz künftig zugemessen wird, verdeutlicht nicht zuletzt der gewählte Veranstaltungsort an der Grundschule in Neuendorf. Ich bin sehr froh, dass es heute auch gerade hier in Neuendorf, was ja die ganze Zeit ein völlig unterversorgter Standort war, so richtig losgehen kann. Auch wenn es vermutlich etwas komisch klingen mag. Eine stabile Internetleitung ist heutzutage fast so wichtig wie fließendes Wasser, Licht oder Strom im Allgemeinen. Dass zahlreiche Haushalte digital noch ausgebremst sind, haben spätestens die vergangenen Monate mehr als deutlich gemacht. 886 Haushalte, 108 Unternehmen, 23 Schulstandorte und zwei Krankenhäuser wurden im Fördermittelantrag als unterversorgt eingestuft. Ziel ist es dann natürlich gerade diesen Haushalten über dieses Projekt jetzt die Möglichkeit zu bieten, Glasfasergeschwindigkeiten zu nutzen, also wirklich bis zu 1000 MBit, je nachdem natürlich wofür sich der ein oder andere entscheidet. Und da eben ruckelfrei zu streamen und ohne irgendwelche Abstürze im Homeoffice zu arbeiten oder auch vielleicht gerade für Unternehmer, die größere Sachen hochladen müssen, die Möglichkeiten zu nutzen, die dann Glasfaser bietet. Nach zwei Jahren hartem Kampf um die Ausstellung des Fördermittelbescheids folgt jetzt also ein ungefähr ähnlich lange andauerndes Tiefbauprojekt im ganzen Stadtgebiet. Aber wie werden Glasfaser-Karmen eigentlich verlegt? Also es gibt ja einmal die Baumaßnahme außerhalb des Gebäudes, also sprich von der Straße, vom Straßenkörper über durch den Garten bis ans Gebäude heran, wenn ich denn einen Garten habe, sonst halt eben direkt. Und dann würden wir halt am Anfang des Grundstücks und am Ende eine kleine Grube machen, setzen lassen und dort wird dann halt mit einer sogenannten Erdrakete, die unter der Grasnarbe so auf 60, 80 Zentimeter Tiefe durchfräst bis zu der anderen Grube, über so ein gesteuertes Bohrverfahren nennt man das auch, austreten. Und dann wird dieses Leerrohr eingezogen, was ich dann benötige und über eine Bohrung dann ins Haus eingeführt. Und innerhalb des Hauses erfolgt dann die sogenannte Inhouse-Verkabelung, einmal durch das Anbringen dieses Hausübergabepunktes, der dann halt über ein Glasfaserkabel mit dem optischen Wandler, der das Licht in elektrische Signale überträgt, verbunden wird. Und da schließe ich dann meinen Router dran. Die Baumaßnahmen auf dem Weg zum Breitbandstandort sind unumgänglich. Oberbürgermeister Hanke glaubt trotzdem, dass sich die im Vergleich kleinen Umstände für die Pirna am Ende lohnen werden. Ich denke, die Pirna sind da schon durch unsere Hochwassermaßnahmen auch sehr, ich will mal sagen, kampferprobt. Und ich glaube, wenn man das Ziel vor Augen hat, dass es dann für alle die Möglichkeit gibt, wirklich schnelles Internet ins Haus zu bekommen, ich glaube, wir werden auch diese Baumaßnahmen überstehen. Großbaustellen sind ohnehin nicht zwingend zu erwarten, da Glasfaserkabel auch in sogenannten Wanderbaustellen, deren Standorte sich relativ schnell wechseln, eingesetzt werden können. Außerdem wartet Vodafone für die Bürger mit einem besonderen Angebot auf. In dem Zeitraum ist es halt so, wer sich für diesen Gebäudeanschluss an sich entscheidet, spart halt die 2.500 Euro für den Anschluss. Also der ist komplett kostenlos, wird halt über diese Fördermittel dann auch mit abgedeckt. Und wer sich im selben Zeitraum eben auch für den Vodafone-Vertrag entscheidet, bekommt halt auch die Inhouse-Installation komplett im Haus im Wert von 399 Euro kostenlos dazu. Insgesamt umfasst das Bauvorhaben 8,7 Millionen Euro. 60 Prozent des Volumens trägt der Bund, 30 weitere werden vom Freistaat getragen.